Ich bin jetzt der große Macker. Da wird schon wieder Kohle. Und Verbesserungen könnten wir uns kaufen. Mal gucken. 5% Verringerung der Schäden durch Kugeln, das nehme ich garantiert. Ja, wenn man hinterher alle Boni hat, ist man so gut für unverwundbar, ne? Ja, wenn ich mich richtig erinnere. Aber noch sind wir es nicht, also sollten wir schon investieren. Ja. Ja, und Sprinterhöhung natürlich. Trotz des Übergewichts will ich lange rennen können. Oh, das Handy klingelt. Wir sind immer in unserer Scheiße und wir können nichts gemacht werden. Vielleicht kannst du sie ein bisschen wegwerfen. Okay. Die Polizei macht jemandem das Leben schwer. Wollen wir da helfen? Hm. Hm. Naja, ich parke eh mitten auf der Straße also. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Ja. Okay. Ja. Hier bin ich. Schauen wir mal, ob wir was retten können. Da sind wir schon. Und ich kaufe auch gleich mal das Gebäude. Jo, ich komm. Ja. Da sind sie. Die Nachrichtensprecherin geht mir schon ein bisschen auf die Ebene. Oh ja. Mal ein bisschen warten. Nein, was war das? Nein. Nein. Oh, ich komm so weg. Wie kannst du denn mit dem Teil angreifen? Au. Hoppala. Ich hab ne spezielle Knarre. Echt hart. Überlebende wollen Kopf. Au. Das ist ja mal ne süße Knarre. Das ist ja mal ne süße Knarre. Wir werden noch drücken. Die ballern sich selbst ab. Oh, die Swat greift an. Wie kann man den weg? Bist du hin? Ich bin um die Ecke. Ich kieße aber hier auf dem Pullen. Äh. Okay. Ach, da bist du. Wow, den hab ich wieder mit. Ja. Au, au, au. Oh, das ist ja. Wow. Au, au, au. Ich brenne, ich brenne. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Hilfe. Ich hab tolle Unterstützung gefunden. Steig ein. Ach, du. Ja, schnell einsteigen. Kann ich einsteigen? Kann ich einsteigen? Nee. Jetzt kannst du, lass. Jetzt kannst du schießen. Ich kann ballern. Oh, ja. Da ist ein Fennelli-Land. Nee, ich würde eher sagen... ...den dicken Panzer hier. Rein mit dir. Schnell weg. Oh, oh. Wir sollten raus. Hörst du nicht den Alarm? Nee. Ich höre. Danke, Officer. Den Wagen nehme ich gerne. Nein. Geil mit dir. Ja. Ja und ab. Eben einen abknallt. Nein. Blöder Penner. Au. Ja, ich hab ihn gebissen. Ich hab sein köstliches Blut getrunken. Hilfe! Ich glaub wir haben Platz. Was soll's? Ah, da ist ja unser... unsere Bude. Haha, wir haben den Polizeiwagen. Tja, wenn wir die Aufmerksamkeit sofort loswerden müssen, müssen wir... Ach, komm her du! Du nervst! Müssen wir einfach nur in die Wohnung von Shawny's Ex. Ja. Aber... Hol ihn mir lieber noch. Ich bin immer noch nie. Ja, ich komm. Und... wow. Ich hab grad das Bett von Shawny's Ex gefunden. Äh... Äh, es war weiße Sprenkel? Äh, ich glaub nicht mal, dass man das wirklich Bett nennen kann. Äh... Ja. 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 Okay, wie zugekifft war Shawny, als er mit ihm gegangen ist. Sex ist ja ne Teenagerliebe oder so. Hahaha. Happiness is a loaded shotgun. Hahaha. Hm. So, dann können wir jetzt wieder raus, oder? Yep. Vielleicht wieder ein Auftrag. Ein paar Bullen können stehen hier noch. So, mal schauen. Partyzeit oder verrückte Wissenschaft? Was würdest du besser finden? Party! Party? Okay. Okay. Toll. Beauty of this place is owned by the Morningstar. Ja, dann fahren wir uns mal hin. The Morningstar have a penthouse downtown, where they throw in some big party for their global contacts. Real funny. I was gonna say we crash the party, kill the Morningstar, and keep the place for the Saints. The Saints will be downstairs, until you can unlock the elevator, for them to come up. Ach, klingt doch ganz normal. That's right. Meet me at the airport. Sollten wir hinkriegen. Wollen wir uns ein schöneres Zuhause holen. Ja! Juhu! Das ist gut, das ist auch ein bisschen brüchig. Hm. Richtig schönes Penthouse, mit sehr viel Platz. Kann man sich ausprobieren. Mann. Der Flughafen ist aber ganz schön weit weg. Ja, auch. Ja. Oh, ich muss mich ein bisschen schrecklich. Ja. Ich bin wir, ich bin ich hier. Das ist gut. Ah, mein вопрос. Herr, du bist ein bisschen Ja. Das ist wirklich. Ja, was ich hierher? Jesus los. Hör, ich bin ich hierher. Ach, wir sind ja gleich da. Ach, wir waren da eigentlich schon ganz richtig. Au! Wir waren schon richtig beim Flughafen. So, dann schauen wir uns mal unsere neue Bude an. Das sieht doch viel besser aus. Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du? Die Crew ist bereit nach unten. Sag die Worte und wir crashen die Party. Wir sind bereit! Okay, Mama! Ich werde bei deiner Figur versteht man, was sie sagt. Ja, sie sagte ein A-Ton zu meinem Pool. Ja. Bei mir sah man das nur in den Untertiteln. Und scheinbar hast du vergessen den Fallschirm zu öffnen. Was? Nein, ich hab doch... Du hast die Gruppe verlassen? Okay. Nein! Hä? Ne, das hat man bei mir grad gesagt. Okay. Springen! Ok. Ah! 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 Wieso? Wieso werde ich damit abgeworfen? Ich hab die Gruppe verlassen, du verstehst du? Okay, dann machen wir es bei drei. Eins, zwei, drei. Hä? Mein Fallschirm hatte sich gerade kurz verabschiedet gehabt. Jut, diesmal scheint es zu klappen. Ziel auf dem Pool. Tja, Leute, so crasht man eine Party. Okay, sag Bescheid, Boss. Na dann, ja. Du gehst jetzt mir, Bursche. Aua. 3-1-3-1. Just watch the jack. Um, yeah. Um, ba-da-da. Ba-da. Oh. Kleiner, verschwinde. Okay, tu den fast-nackten Cowgirls nichts, bitte. Ab in den Keller, wo bist du? Oh, hier sind Granaten. Ba-ha-ha-ha. Oh-oh. 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 Oh. Oh-oh. alter-chirków. Oh-oh. 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 Gut. Unsere Jungs kommen hoch. Gut. Jetzt gibt's oben auch wieder was zu tun für dich. Ja, ich bin dabei. Los, Babys. Zeig diesen Pennern, was ne Hacke ist. Ihr schießt nicht auf die hübschen Damen. Hm. Haha. Ja, geht doch. Lass. Wir müssen die Dreckssäcke einholen. Okay, du willst selber fliegen. Was? Wir finden den Dreckssack. Du kommst uns nicht. Ja, schau, 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 schau. Was seh ich, der verdammte Maid? Wir sitzen hier auf einer Bombe und du schausten. Ja, 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 schau, schau, schau. Rappeln, rappeln, rappeln. Haha. Hauptsache unsere Männer verstehen mich. Ja. Maid. Ich hab noch nie etwas mit dem Kopf. Ich schau, so wir stehen hier an. Schau, schau. Oh, bitte. Die, die, die zes. Ich bin etwas, was. Ich bin ein bisschen da. Ich bin das mit meinem Reis. Vorsicht, Typen mit Raketenwerfern Aber können nicht zielen Ich hab ihn Okay, er sagt, das ist der rote Draht Ach, da bist du ja schon Mr. Kilbane, die Saints sind nicht mehr als ein weißes Geräusch von empty Sights Mit Respekt, Sir Tja, sowas passiert, wenn man sich mit den Heiligen anlegt Penthouse der Saints freigeschaltet Bandenanpassung Im Hauptquartier der Saints kannst du nur deine Bande anpassen Haha Ich hab ihn nicht mehr als ein weißes Geräusch von Tja